Hallo Menschen, willkommen bei einer neuen Vlog von Tobi in den Buitländen. Diesen Vlog tue ich in Deutsch, in den Austereichstädten. Hallo Menschen, willkommen bei einer neuen Vlog von Tobi ins Ausland. Jetzt bin ich in Burg hier mit meiner Mama und wir gehen euch jetzt zu laden. Und ich zeig euch gleich, wie es da aussieht. Und es ist auch voll schön erst in Österreich. Und da sind voll viel Berge mitgenommen. Jetzt werden die Schafe gefüttert. Und manche Schafe haben Glocken. Und manche gehen dann in den Stall. Und dann gehen wir uns wieder anziehen. Jetzt haben wir bei Katrin das Laden. Hier oben kaufen wir einen Speichel, einen Käse und Knödel. Und ich und es, und ich und jetzt ein Essen. Tschüss! Jäis I Vielen Dank.